Der Schweizer Pirmen-Schwegler wird Hannover 96 nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verlassen und zu den Western-Sydney-Wanderers mit ihrem deutschen Trainer Markus Babel nach Australien wechseln, für mich hat sich eine Möglichkeit ergeben, einen Lebenstraum zu erfüllen. Ich habe die Chance bekommen, für einige Zeit in Australien zu leben, sagte der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in Bundesliga auch für 1899 Hoffenheim, Eintracht, Frankfurt und Bayer Leverkusen spielte. Schweglas Vertrag in Hannover gilt nur für die 1. Liga, er kann den Verein deshalb nach dieser Saison ablösefrei verlassen. Let's block it's, why? Let's block it's, why?